A1.2 ergänzen Sie die folgende Aussage. Claudia nimmt an, dass der Wert ihrer Aktien jährlich um, unbekannt, Prozent zunimmt. Dafür brauchen wir die Funktionsgleichung, die finden wir ganz oben nochmal, hier die gelbe, und überlegen uns, was sind das für Zahlen hier drin, diese 2000, hier die entsprechenden Anfangswert. Ja, steht ja auch hier, sie kauft sich 2000 Euro an Aktien. Das X entspricht der Laufzeit, also wie viele Jahre sind vergangen, also bleibt für die gesuchte Prozentzahl eigentlich nur noch die 1,07 übrig. Hier muss man sich einfach nur Folgendes merken, 100% entsprechen der Zahl 1,00. Jetzt habe ich da eine 1,07 stehen, das entspricht 107%. Also diese jährliche Zunahme ist einfach nur der Unterschied zu den 100%. In dem Fall sind es 7% mehr als die 100%. Wenn es zum Beispiel 0,94, dann wären es 6% weniger, also würde es um 6% abnehmen. Aber hier sehen wir, es sind 7% mehr als die 100%, folglich nimmt es jährlich um 7% zu. Und damit ist die Aufgabe auch schon fertig. Und jetzt gibt es die Aufgabe auch schon mal ein paar Sachen. Vielen Dank.